Du alter Affe! Ja, da schlackerst du mit den Ohren, was? Hallo, Eddie! Hallo, Eddie! Juhu! Ronnies Pappshow! Was ist das? Ah! Ich werde verrückt! Meine sehr verehrten Damen und meine sehr verehrten Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Seniorenstift. Ihr spielt jetzt Schlumpfchen und die Schlafmützen. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein, oder? Ein bisschen Applaus. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Ich schlaf auch gleich ein. Mann, das geht überhaupt nicht los. Na, jetzt reicht's. Ja, das waren also Schlumpfchen und seine Schlafmützen mit dem Titel Schlaf und mein Sexmaschinchen. Schlaf ein, ich glaube, das war nichts für unsere Ohren, oder? Was ist los? Ihre Hose steht offen. Hm? Da, wo die Beine unten rauskommen. Ja, was ist auch nicht los. Wirklich? Vielen Dank.